Wie aktiviere ich den Demo-Modus? Klicken Sie auf Einstellungen. Gehen Sie zum System-Tab und setzen Sie den Schalter Demo-Modus auf On. Im Footer sehen Sie, dass der Demo-Modus aktiv ist. Der Demo-Modus ermöglicht es Ihnen, die Software bereits vor der Installation eines Sennheiser-Systems zu testen. Sie können den Demo-Modus auch nutzen, um neue Funktionen zuvor in einer Testumgebung auszuprobieren.